Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Ich habe mir fest vorgenommen, endlich mal dieses Kapitel hier zu schaffen, aber das, ja, super, ist nicht sonderlich einfach. Wie ihr sehntut. Es ist halt echt, ja, da fehlen einem manchmal die Worte. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Jawohl! Ich hau schon ab. Passt. Okay, das hilft mir nichts. Da drüben, die können wir vielleicht brauchen. Jawohl. So, dann nehmen wir den Kontrollpunkt mit. Keine Frage. Passt. Ja, Wudel, 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 Wudel. Einmal im Kreis herum. Da kommt der Nächste. Sehr gut. Abgenippelt. Fein. Dann mal den Nächsten. Passt. Wow, das war knapp. Wo bist du denn du jetzt? Ein reingeschossen in den Arsch. So muss das ausschauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen kann. Das wäre echt nicht schlecht. Auf jeden Fall von dem Gebäude hier aus. Aber wir kommen auf dem Gebäude hier rauf. Ohne Leiter, ohne nichts. Es wird wahrscheinlich ein Port sein. Es wird darauf hinauslaufen, dass es sich hierbei um ein Portal, also so eine Transportplatte handelt. So. Warte. Warte, nicht irgendwo. Ja, da war Munition. Wow. Sehr schön. Wir haben auch noch Munition. Au. Wir haben Stier. Was ist denn? Stierb weg. Zu blöd zu sterben. Passt. Bald haben wir auch wieder ein Zusatzleben. Was mich auch sehr freuen tut. Es tut mir leid, hey, hey, hey. Kradler. Da ist noch Munition. Okay, brauchen wir nicht mehr. Scheide sind. Ist wieder da. Wo ist denn der andere? Stierb weg, du Kerl. Du Kerl, du. Passt. Da waren wir auch nicht, ne? Auf der Seite. Irgendwie. Passt. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Passt. Den haben wir auch umgeschossen. Sehr fein. So, ich hoffe, ich bin da richtig irgendwie. In der Höhle drunter waren wir auch nicht drin, ne? Fast ein Level Up dazu. Alter. Alter. Wo ist er denn hin? Da. Alter, Krebir. Das Ganze wäre eigentlich speicherungswürdig aus meiner Sicht. Ich bin echt am überlegen, ob ich's machen soll. Ah, ich komm da nicht mehr raus. Genau. Vergesst, was ich gesagt hab. Da geht gar nix. Vielleicht geht's so? Na. Da geht nix da. Alter, Kackviech. Sehr schön. Das extra Leben werden wir auch brauchen. Ich wollte mal schauen, ob ich jetzt hier alles gemacht hab. Aber ich glaub schon, das waren... Da unten waren jetzt die... Ja, das passt schon. Da waren die Fetten. Dieser große Echsenheini. Da. Ich glaub, da werden wir wieder die Pfeile wählen. Jetzt komm. Jawohl. Ach, du bist so ein Mistding. Bring ihn um. Rutz, dürten noch einmal. So. Aha, da geht's irgendwie weiter. Okay. Dann müssen wir hier mal schauen. Wie ich hüpfe. Ja, wenigstens ein bisschen Leben dazu. Ich muss schon zufrieden sein. Wah, das war zu weit. Look. Was haben wir da? Einen Rucksack, den wir schon haben. Ja, okay. Und jetzt? Oh, mein Gott. Oh, gut. Lief besser als erwartet. Ein Schalterli. Sicher. Oh, Alter. Boah, Alter. Schön. Ja, natürlich. Weil ich das eh schaff. Eieieiei. Wow, ich hab's hinbekommen. Alter, ist das schwer. Wow. Wow, Alter. Bist du nardisch. Au. Alter. Die Falle habe ich jetzt übersehen. Jetzt hatte ich echt Glück, dass ich noch so viel Leben hatte. Sonst wäre ich... Ja, sicher. Abgehippelt. Okay, ich muss langsamer machen. Boah, Alter, mein Herzgärtner. Boah, Alter, mein Herzgärtner. Da fand ich wieder eine. Jetzt neppelt doch schon ab. Keine sein. Komm nicht auf, scheiß Falle. Wüstung, ich liebe dich. Na komm. Einschalter, okay. Was zum Speichern. Was zum Speichern. Warte, jetzt bin ich der Neubringer. Passt. Was zum Speichern. Oh, wie schön. Ich würde sagen, da drauf. Ja. Was zum Speichern. Oh, wie schön. Endlich was zum Speichern. Schön, sehr schön. Boah, ey. Wah. Okay. Okay. Puh. Ja, war logisch. Einmal ein bisschen zu weit nach vor und das ist schon wieder gefällt. Gott sei Dank gab es hier was zum Speichern, ey. Und laden. Ah. Ja. Boah, das Kapitel ist schon wieder wahnsinnig lang, ne? Aber es war schon... Nein, 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 nein. Und nochmals nein. Fix und die Geigen. Ach komm. Was, das ist so... Ah, ja. Ich und meine... Ja. Lol. Lol. Ich und meine Präzisionssprünge. Ja. So. Langsam. Oh, Alter. 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 Ja, ja. Der Affe lacht mich auch schon aus. Zu retten. Ja, und dasselbe Sprung, ne? Es ist so schwierig, hier mit Gefühl zu springen. Ehrlich. Das ist... Bäh. Es ist richtig bäh. Zum Glück haben wir schon viel Leben. Gut, und jetzt? Alter, meine Finger, ne? Meine Hände schwitzen. Okay. Ja. Ja, war klar. Ah, war klar. Bin schon überlegen, ob ich die auslasse. Aber wahrscheinlich ist es auch so ein Parcours. Irgendwie war der Sprung jetzt zu kurz. Ich kann es mir nicht erklären, obwohl ich länger auf der Taste oben war. Dann soll der Kerl eigentlich weiterspringen. War klar. Ist so klar hier. Okay. Boah, ist das kacke. So, dann laden wir halt wieder, ne? Ah, ich glaube, ich lasse die aus. Wäre aber echt schade um die, aber... Das ist echt... Ich bin da viel zu ungeschickt bei sowas. Ja, natürlich, jetzt fällt er da rüber. Hey, du bist ein Kasperl, muss man echt sagen. Es ist unfassbar. So, 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 aha, ja, okay, und okay, und... Natürlich, der Sprung hat wieder zu kurz. Natürlich war der zu kurz. Warum auch immer, ja. Wahrscheinlich um ein Hundertstel wieder zu früh abgespringt, ne? Ja. Arschkopf. Ja, jetzt habe ich mich voll verliessen. Grummel, 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 grummel. Alter, bin ich froh, wenn wir mit dem Larry hier fertig sind. Alter Schwede, brauchen wir sechs Parts... Also, ich habe wieder gedacht, ich mache sechs Parts, ne? Brauche ich wieder eine ganze... Also, eine ganze Aufnahmesession für ein Kapitel, weil ich so schlecht spiele. Wahnsinn. Ich lasse jetzt mal bewusst aus, weil ich... Ja, es geht nicht. Ist es so cool, ist es echt... Ja, ich muss mir mehr trauen, ne? Später abspringen, probieren. Dann geht es vielleicht aus. Keine Ahnung. Oder man muss echt... sich für eine Seite zum Beispiel entscheiden. Oder sie violetten Dinger sind. Das ist Arbeit, sage ich euch. Jawohl. Die können mir im Arsch lecken, echt. Entschuldigung, aber es war... Soll noch irgendwo ein Schlüssel sein. Also, ein Schlüssel soll noch irgendwo sein, ne? Sogar die Affen lachen mich aus, ne? Alle Schlüssel finde ich bestimmt niemals nicht. Oh, ich muss mich sogar wetten, dass ich das nicht finde. Ich gehe da mal durch. Mal schauen, wo wir hinkommen. Ist das eine Arena? Aha. Aha. Kann man das Auto beschädigen? Oder kann ich da drauf springen? Ah, na. Du scheiß Ding. Ich glaube, das Auto ist der Boss. Ah, kriegt die Damage. Okay. 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 Das Auto schon mal hin. Noch einer? Was? Warum? Ich sehe nichts. Ähm. Ähm. Alter. Ja, das haut super hin. Ähm. Ich habe nichts mehr. Echt? Echt jetzt? Au. 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 Ich will das besägen. Ich will das besägen. Ich komme jetzt mal mit dem Messer ran. Ich meine, es ist komplett unrealistisch, aber. Kann ich mich mal in die Wand fahren lassen? Ich will das blasphazen. Äh. Ich möchte das jetzt mal hin, ich kann das mal hin. Oh, das geht nicht. Und was ist mit ihr eigentlich? Ob ich jetzt die ganze Zeit den eigentlich töten soll, oder wie? Hä? Ich kenn mich grad nicht aus. Wie geht denn? Hä? Ich kenn mich grad überhaupt nicht aus. Alter, ich hasse dich! Boah ey! Ich hab nix, ich hab keine Waffen, nix! Mit Messer kommst nicht weiter, kannst gar nix machen! Du kriegst ja keine Munition, du kriegst nix. Ich weiß nicht wie ich den besiegen soll jetzt. Der und mir einfach... Ich find das grad nicht witzig. Mann ey, was ist denn das für ein Scheiß? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaub das kann ich schon laden. Schön, bin ich wieder da! Grandios! Ich habe absolut keinen Plan, wie man den hier besiegen tut. Überhaupt kein Plan. Es gibt doch irgendwie überhaupt keine Munition zum Nachladen. Wenn man weiß, das ist schon... Bäh! Es ist halt echt bäh! Ganz ehrlich! Ich will da nicht rein! Ja, ich will das überspringen! Geht nicht! Ich werde das nachfraben. Ich werde das nachfraben, wie ich runterfraben! Ich werde das nachfraben! Ich werde das nachfraben. Alter, du Sau! Na, nicht nervös, wenn! Ganz ruhig! Alter, jetzt komm! Jawohl! Was ist das noch der Pissi? Oder der Pissi, Unfia? Ah, komm. Und jetzt, ja? Nicht nach vorn! Seitlich bleiben! Ja, ja, sah schatz aus. Ach, hoppla, Entschuldigung. Wo ist es denn, das scheiß Auto? Nein! Okay, noch ein Boss. Hä? Ach, ich bin selber. Alter. Wo ist denn hin? Der Arschkopf, der Elend... Ach, ich verdrück mich. Den kriege ich nie klein mit dem Messer. Das ist ein Messer, was ich habe, Alter. Und der kann treten, schlagen, zwicken, weisen, alles. Ja, du Verrecki, das ist gar keine Frage. Hä? Was ist denn das bitte für ein Boss? Alter. Ich wüsste ja nicht, wo jetzt... irgendwas brauchbares für mich. Wow! Mein Gott, ey. Das gibt's alles nicht. Wir müssen spawnen jetzt nix. Ja, das war's. Ist schon vorbei. Okay, also... Game over, ne? Ja, game over. Boah, ey. Boah, ey, was? Okay. Man kann dort Munition bekommen. Okay. Muss man auch erst mal wissen. Na, jetzt falle ich wieder neben. Mann, ey. Ich glaube, ich mache heute vielleicht gar keine sechs Parts. Ich bin jetzt, glaube ich, beim vierten. Alter. Nein, ich will das Kapitel fertig haben. Egal, was da heute noch passieren tut. Das ist unfassbar. Und ihr werdet es mit mir mitleiden, ihr Armen. Na, jetzt... Jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Alter, meine Finger, ne? Ich schwitze. Ich schwitze. Es ist unfassbar. So, laden, bitte. Jedes Leben ist hier wertvoll. Brauche ich, Alter, wenn ich jetzt... Bist du gescheit? Wer hätte gedacht, dass wir hier jedes Leben brauchen werden? Ich hätte es mir nicht gedacht. Passt. Normalerweise diese Pfeile und so... Ach, was soll's. Scheiß der Hund drauf. So. Ja. Das Kapitel hat es wieder in sich. Ich werde jetzt gleich auf diese hier wechseln. Und gleich mal probieren, eine Runde zu laufen. In der Hoffnung, dass ich Munition kriege. Lebenspunkte... Hä? Habe ich jetzt einen Bug? Wo ist denn ihr? Okay, momentan gibt's nur... Und so. Ja, ja, hey. Man kann's ja nicht überspringen. Tut mir sehr leid. Boah, ey. Du kleines... Würstel, ne? Oh. Au. Ja. Alter, meint die Maus, ne? Die ist schon irgendwo in Nevada. Alter, das gibt's ja nicht. Du Gruppert. Du billiges. Es ist echt. Es ist echt. Ist das eigentlich mal... Alter, das wird dumm, ne? Das ist feige Nudel. Alter. Alter, bitte nicht sterben. Geh endlich ein. Jawohl, der ist weg. Ich brauch die Sachen. Ganz, ganz schnell. Du kriegst wieder nur Leben. Du trägst wieder keine Munition. Das ist sowas von unfair. Die wollen das echt, dass du das so hinkriegst, oder was? Wie schön, dass du das jetzt ohne... Ja. Das hat er wieder super hinbekommen. Jetzt bin ich gleich ohne Munition. Ohne Munition. Ja. Letzter? Wo krieg' ich jetzt Munition her? Ja, ich hab' schon versammelt, ne? Eigentlich. Magazin. Ah! Jetzt dreht er so um, ne? Diese... Es gibt's ja net! Geh ein! Alter, lauf! Lauf einfach, lauf einfach! Lauf einfach im Kreis rum! Au! Leben wär' auch nicht schlecht. Leben, Gott sei Dank! Ich brauch' Munition! Ich brauch' so viel, unglaublich viel Munition! Scheiße! Ich muss jetzt ein bisschen im Kreis laufen. Tut mir leid schon mal für die Überlänge. Vielleicht hab' ich ja Glück und wir kriegen's hin. Scheiße! Herz! Perfekt! Eine Runde noch! Dann gehen wir's an! Probieren wir's mal! Wir haben zum Glück noch, glaub' ich, kein Leben verloren. Müsste mit ein bisschen Glück machbar sein. Boah, ich wünsch' es mir so sehr, dass wir diesen... Bastard endlich erledigen können! 140! Und nochmal leben! Dann mit Glück, wenn wir Glück haben! Okay, Pfeile haben wir, glaub' ich, alles. Okay. Das erste Leben ist verbraucht. Wo bist du, Arschlo? Okay. Das erste Leben ist verbraucht. Wo bist du, Arschlo? Das jetzt schaff' ich nie! Oh Gott! Jaja, rauf! Wieso nimmt er immer dieses beschissene Scheißmesser? Wer trifft er denn überhaupt? Ich hab irgendwie das Gefühl, ich treff' mich selber immer. Ja, das ist ja schon vorbei, ne? Ja, das ist ja schon vorbei, ne? Ja, ich verdrück' mich schon wieder. Kruzifix nochmal. Das ist chancenlos. Der letzte. Ja! Geschafft! Oh mein Gott! Geschafft! Bitte keine Gegner mehr! Das ist jetzt ein Schlüssel? Ich glaube, ne? Boah, ey! Grad so noch überlebt! Ach, Impulsgewehr! Ach, Impulsgewehr! Ja, danke! Alter Schwede! Ich geh' mal ein bisschen was einsammeln, glaub' ich. Wenn ich Glück hab' auch ein bisschen Leben. Ha, ha, ha! Ihr Lieben! Wir haben's geschafft! Wir haben diesen Mistkerl besiegt! Ich weiß, ich hab's bestimmt falsch gemacht. Ähm, das geht bestimmt ganz anders, fürchte ich, denke ich mal. Aber ich bin einfach nur froh, dass wir ihn gerade besiegt haben. Und somit lauf' ich hier noch ein bisschen im Kreis herum. Bis wir uns auch ein wenig erholt haben. Vielleicht spawnt hier noch ein bisschen Munition. Immer wieder. Dann füll' ich uns mal ein bisschen auf. Und dann wär' wir... Hä? Was ist das? Ah, das im... Hä? Ist mein Rucksack weg? Ach, nö. Das wär' zu blöd. Das wär' der Rucksack wahrscheinlich zerstört, ne? Wenn jemand stirbt. Wahrscheinlich weg dann. Na toll. Na gut, ihr Lieben. Auf jeden Fall, das war's für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen. Wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier anschaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!